Bin ich dicker geworden? Guck mal. Na, nicht mehr ich, oder? Aber auch nicht eine komische Nase. So, da sind wir wieder. Meine Kleine. Dann lass uns mal den Mumba-Boon oder wie er hieß finden. Oh. Hey, können wir wieder ein Minispiel machen, oder? Wait for opening. Let's go. Oh, ich keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ist das Tetris? Äh, nee. Was denn das? Weiß ich nicht. Hä? Ich versteh nicht, wie man zielt. Ja, einfach nach oben schießen. Boom. Ich hab einfach nach oben geschossen. Aha. Nee, es gibt nichts Wichtigeres als Gewinn im Leben. Typisch Frau. Oh, ich liebe Stars. Ja, da siehst du dich wieder, ne? Warte mal, was kann ich denn hier machen? Ich kann das auch andrehen. Was ist denn hier hinten schönes? Hey, 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 check these out. Woo! What are these? I've never seen them before. I gave them to Rose. They're from my favorite video game. Trust me. Gonna get you, you son of a bitch. In welchem Videospiel sind die? Überlege ich auch gerade. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier Schönes? Guck mal, eine Lavalambe. Was spielst du da schon wieder rum? Sieht irgendwie aus wie so ein Satellit, der um die Erde fliegt. Oh, ich hab's ausgemacht. Sorry. Aber die Erde ist doch flach, weißt du doch. Okay, soll das die Mondlandung darstellen? Ja, ich glaube, ne? One, two steps. Aha. Ich mach meine Lavalambe hier vorne. Hübsch aussehen. Hm. Und hier vorne ist wieder was zum Zocken. Lavalambe hier mal anmachen. Grün. Na dann komm her. Hm? Komm her, ja. Ah, guck mal, hier unten ein bisschen das Wort. Ich geh hier rüber. Clever. Oh, wir müssen hier wieder verbinden. Ja. Holy, sind wir gut. Der Sound dazu. You know, I thought hacking would be way more complicated than this. It's just a game, Cody. It's just a game. Nee. Counterhack. Ah, F drücken ganz schnell. Ich glaube, wir waren zu langsam. Ja, ich hab's gar nicht gecheckt am Anfang. Haben wir jetzt verloren oder... Da hinser. Boomba Boomba. 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 glaube ich als ganz kleiner. Hä? Ich kann nicht mal über diese geile scheiß Dinger hier drüber. Ok, ich lass los, oder? Ja, und ich mache jetzt hier auch mega. Bam. Bum, 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 bum. Hm, das fühlt sich richtig cool an. Ich bin komplett verwirrt, wo oben und unten ist. Ja, wo ich bin, ist es unten. Hi. Hier musst du mit herkommen, ja. Jo, bin doch da. Ich mache hier drinnen an, du machst unten an. Mach an. Guck mal. Nice. Hä, jetzt ist sie wieder raus, die Batterie. Ich geh mal hier rein. Ich kann hier auf jeden Fall nicht ran. Was ist das hier? Ein Stern. Oh. Du musst die Dinger kaputt schießen, oder? Kann das sein? Ist das Stargate? Boah. Boah. Auf jeden Fall ein Gate. Oh, ich flieg jetzt hier irgendwo rum. Ja. Oh. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Was schießt denn du hier immer alles kaputt? Nur Sterne rumgekickt. Ja, hier explodiert einfach alles. Hm. Hey. Ähm. Ich muss das, glaube ich, jetzt hier durchschieben. Ich muss mich erstmal... Ne, größer muss ich mich machen. Oh. Jetzt rollt das hier rüber. Du musst mit hier rüberkommen, glaube ich. Du musst hier mit... ...die Tür aufmachen. Damit ich es hier durchschieben kann. Boah. Hilfe. Ja, du musst jetzt da oben drauf. Dann kann ich den hier durchschieben. Einfach hochlaufen. Kannst du da nicht einfach hochlaufen? Nee. Nee, rechts an dem... Ja, da an dem Ding dort. Hopp on top of the Spaceball. You got it. Was soll ich machen? Hopp on top? Auf die Spaceball. Kannst du nicht hier einfach mit deinen Schuhen an die Seite ran und dann hoch? Nein. Hier oben ist doch eine Kante. Nee, aber wir liegen ja links. Nee, hier dagegen. Hier. Hier hochlöse. Brauchst du ein spezielles, äh... Ja, hinten ist so ein spezielles. Guck mal. Nee. Hier musst du hochlaufen. Pass auf. Ich hab die Idee. Oh. Ach nee, du kommst hier auf die Kugel, oder? Kommst du auf die Kugel irgendwie? Und das wäre das Einfachste. Mhm. Hab ich dich grad zermanscht? Ja. Ich kann das jetzt versuchen. Ja, genau. Du musst mit diesen... Oh. Ja, genau. Ich fahr mal hier noch näher ran. Oh. Oh. Ja, jetzt bist du drauf. Okay. Dann schiebe ich dich jetzt hier rüber. Achtung. Mhm. Mhm. Ich halt jetzt gleich an. Und stopp. Ah, sehr gut. Kannst du den Ball mitnehmen? Ja. Den muss ich mitnehmen. Gehst du wieder drauf? Mhm. Und drauf. Ich liebe diese Kessler-Plasma. Haha. Ich werde weiter ran. Oh. Es klingelt. Nicht runterfallen hier. Du musst hier vorne noch drauf kommen. Das müssen wir alles nochmal machen. Mhm. Setz mich nicht unter Druck. Nein, es ist ganz... Ach, da oben bist du. Äh. Du musst den... Mal gucken, was das Ding hier macht. Nichts. Okay. Ah, warte. Du musst den nach unten schieben. Hier nach unten. Dass ich drauf kann. Hm. Okay, okay. Ja, genau. Au. Macker oder was? Hm. Los. Arbeite. Hoch mit dir. Warum bist du so winzig? Haha. Weil ich es kann. Nein, nach links. Ich muss da oben rein. Genau. Warte. Ja, aber wenn ich nämlich dicker bin, dann schaffst du mich nicht hier hochzuschieben. Noch ein Stück? Noch ein Stück? Geht nicht. Ah. Ah. Es wird sich auch größer machen können wieder. Ah. Zack. Da müssen wir wieder zurück, ne? Da sind wir wieder. Ach so. Das sieht ganz stark danach aus, ja. Nehmen wir jetzt das linke? Ja, können wir machen. Oder sind wir von da gekommen? Weiß ich nicht. Ich... Ich... Das merken wir gleich. Ach nee. Wir sind... Hm. Oh. Oh. Ist das Super Mario hier? Ich glaube, du musst ziemlich sicher nach links. Hm. Ja, musst du auch. Uh. Oh. 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 Ö.. Wie war das Crouch'n? Oh verdammt. Space lady. du musst doppelsprung machen ja ja hat er eben auch geklappt ich springe immer zu weit nach vorn na ja du kannst ja mal gucken da müssen wir beide ankommen oder wir gehen mal rüber easy ich muss ja auch nichts machen dann carries du du musst jetzt unten stampfen so was soll ich kann du musst genau ganz klein sein guck mal wie wenn sie sich finden oh mein gott du musst stampfen dann auf der anderen seite was muss ich wuch ok sag ich doch da musst du dich bestimmt dran lehnen du musst dann rechts rum ne damit du nicht unten ins feuer reingehst ich lasse jetzt los mhm ok das probieren wir nochmal ein bisschen weniger kraft Achtung ok das war zu wenig jetzt nochmal immer noch zu wenig ok probieren wir das ok ich liebe das wird greatest dad du musst die kaputt stampfen oder oder oh oh Ach so. Wir haben unten durch. Habe ich nicht gesehen, ey. Das ist was für dich, was du mal nehmen musst. Ah, du musst dich hier unten dran festhalten. Hier an dem Ding. Ja, dann musst du mir das mal ein bisschen rüberbringen, oder? Ähm. Okay, nochmal. Reicht das hier oder ist das zu weit noch? Ich glaube, du musst es halten, sonst bringt es nichts. Okay, nochmal. Ja, dann viel Spaß. Ah, jetzt ist das aktiviert und jetzt kann ich hier mit rüber, oder wie? Mhm. Oh. 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 Okay. Das ist, glaube ich, so intended, oder? Mhm. Nice. Oh, das ganze Kopf übermachen ist richtig anstrengend. Seid froh, dass die Steuerung nicht inverse ist. Okay, wir. Okay. Zu früh. War noch nicht drin, jetzt nochmal. Haben wir das nächste Level geöffnet? Ja, das nächste Gate gestartet. Mhm. Mhm. Mhm.